So, so, so YouTube, hallo, lo, herzlich willkommen zu Geotastic. Wir wollen wieder Geotastic machen, das bedeutet drei Runden, unendlich viel Zeit und wir werden irgendwo abgesetzt in der Welt und wollen genau herausfinden, wo wir sind und das werden wir jetzt angehen. Und wir starten mit der Runde 1. Okay. Interessante Poller. Alter, was sind das für Poller? Also, wenn man maximal will, dass Leute sich totfahren nachts, egal ob Fußgänger, Radfahrer oder Autos, dann baut man solche Poller ein. Alter, das kann doch nicht deren Ernst sein. Ei, 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 ei. Richtig böse, finde ich. Also, das ist echt menschenfeindlich. Wo kann das sein? Europa? Was hattest du gerade für ein Kennzeichen? Ah, der ist nicht da, wenn ich hinfahre. Shit. Das Auto in der Garage. Können wir das sehen? Nicht Europa sind wir. Ich glaube, auch so ein Poller. Doch, Europa. Nicht Europa, Europa. Ha. Interessant. Das sieht nicht europäisch aus. Das sieht europäisch aus. Ich hätte ja aus Schweden oder sowas getippt, aber es sieht ein bisschen runtergekommen aus. Headwägen, Rippwägen. Finnland? Sind das vielleicht russische Autos oder so an so einer Grenzregion? Ähm, und ja, was ist eigentlich mit dem Auto da nicht richtig? Wie viel Reifen liegen da? Und, sag mal, hat der das auf Reifen aufgebockt? Oh. Okay. Ähm. Joach, kann man, kann man so machen, nicht? Ich glaube, das kommt, oh, ah ja, er telefoniert schon. Okay. Ja, ich brauche einen Abschleppwagen. Meinem Auto ist was passiert. Ja, bitte kommen Sie ganz schnell. Der Abschleppwagen sieht das Auto und fährt einfach dran vorbei. Ganz ehrlich. Oh, da. In die Richtung will ich. Schön in den Horizont. Ja, aber Finnland oder Norwegen oder so klingt plausibel. Ich würde nicht Schweden denken. Röth Zentrum. Röth. Oder wir sind wieder auf Arland oder sowas. Ja. Die haben auf jeden Fall Geta. Aber Röth habe ich da eigentlich noch nicht wirklich gelesen. Aber wir waren auch noch nicht in die Richtung. Öhrer. Äckerö. Gölbi. Finbi. Prestö. Nee, ein Röth sehe ich aber nicht. Börge. Lämmland. Swinö. Ja, und Marien haben. Turku. Ich meine, Röth und Zentrum und die haben eine Busverbindung. Das Nokia. Würde ich natürlich immer denken, dass das muss eine Stadt sein, die in der Zoom-Stufe angezeigt wird. Nicht wahr? Aber ist leider nicht immer der Fall. Tja. Norwegen finde ich sprachlich fast raus, nicht? Okay, wir müssen weiterfahren. Wir brauchen mehr Hinweise. Eine Fahne oder sowas. Komm. Hier irgendjemand hat doch sicher eine Fahne aus dem Haus hängen. Nix. Das finde ich auf jeden Fall in den anderen Ländern immer hilfreich. El Moped. Fört Jüben. Bahnsee Lexgok. Ja, auf jeden Fall. Das denke ich mir auch jeden Morgen nach dem Ausstehen. Langse Bangkok. Okay, wir sind hier gefangen. Zurück zum Start. Dann fahren wir mal in die Richtung raus. Naja, da kommen wir wieder hier hin. Und da kommen wir wieder zu dem Auto. Und dann fahren wir nicht in die südliche Richtung. Dann fahren wir jetzt in die Richtung. Nach Westen. Aber ist schon ein bisschen urbaner hier, nicht? Wenn so eine Wohnhäuser kommen, das ist zumindest ein 1000-Einwohner-Ort oder so. Also, die Pension darf nicht Respekt für Altersarbeit. Was auch immer. Pizzeria, Restaurant, Borgenf, Enhamenswegen, Kürke. Okay, wir sind zumindest kein Meer. Wir sind aber recht hoch. Mhm, 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 mhm. So. Wir sind in... Tulu-Vara. Natürlich. Ich hätte mich auch nirgendwo anders erwartet, als in Tulu-Vara. Wahrscheinlich sagt man das so... Tulu-Vara. Aber ich kann kein Finish. Also, Vasa... Finde ich... Ah. Ich glaube, wir brauchen eine Straßennummer, nicht wahr? Sonst suche ich mich zu Tode. Dürfte ja hier nicht so weit sein. Oh, aber... Okay, es muss was Größeres sein. Das Ganze, das Stadt... Aber hier, Straßennummern. Die E10. Nach Klapp-Zentrum. Nikola Kukata. Okay. Äh, E10. E8. E75. Vielleicht doch Schweden. E10. Doch Schweden. Vielleicht hier oben an der... Äh, an der Grenze. Nach... Narvik. Narvik kennt man aber da. Da ist Narvik. Doch, hier oben. Okay, und... Kurakarkawa. Okay, die E10 geht hier weiter. Und endet in den Lofoten. Okay, das ist die Lofotenstraße. Narvik und Kurawara. Wenn wir das finden auf der Strecke... Das ist die Frage. Hier ist Paara. Hier ist Aara. Dann sind wir hier, glaube ich, gar nicht so falsch. Bis Töre. Oh. Okay, hier geht es sehr weit runter. Wo geht die noch hin? Lulela und Juskeveri. 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 Hier, Juskeveri. Also hier zwischen müssen wir sein. Und da ist Tuluwaara. Da ist es. Hier war es doch gerade. Irgendwo hier. Da. Das Ding. Das ist Tuluwaara. Die drei Häuschen. So. Und wir stehen wo? In welcher Straße? Ey, wenn die jetzt keinen Straßennamen dran stehen haben. Dann fressen wir zwei Besen. Ihr fangt an. Einen für Shad. Einen für mich. Ach du Scheiße. Hier stehen. Da. Da. Okay. Doch keine Besen fressen. Talbiwe. Talbiwe und Hetvergen Rippvergen. Luftvergen. Ja. Und wir sind ja quasi direkt auf der A10 dann. In welche Richtung sind wir? Wir sind dann nach Osten. Das heißt, ja. Wir sind hier. Und dann auf dem Kreisverkehr auf die E10. Das heißt, wir können ja eigentlich nur hier stehen. In irgendeiner Weise. Und das ist nach Norden. Hier Rippvergen. Da. Da ist Rippvergen. Wo ist aber Hetvergen? Hedvergen sehe ich zum Beispiel wieder nicht. Der geht auch nicht vom Rippvergen ab. Ich sehe Kappers Wägen. Und ein Wägen ohne Name. Dann ist das hier wahrscheinlich der Rippvergen. Ach nee, da. Hä? Rippvergen? Nee, der Hetvergen ist das da. Okay. Weil ich sehe noch Orwägen. Kappers Wägen. Hier, Hetvergen. Ach, der ist mittendrin. Und Talbiwegen. Okay, ist das hier. Jetzt ist die Frage. Nee, der hier. Hier sind wir. Der Talbiwe führt zum Heldewägen und Rippvergen. Okay. So muss man das lesen. Boah. Wieder was gelernt. Okay. Eckig bedeutet, das ist die Straße. Das andere geht zu. Und hallo Philipp. Das ist Geotastic. Wir versuchen gerade genau herauszufinden, wo unser Startpunkt ist. Das ist ein GeoGuessr-Game. Nur in gratis. Quasi. Oder Donationware teilweise. Wenn man bestimmte Funktionen will. Okay. Also wir kommen jetzt von da oben. Das ist der Talbiwe. Nicht? Gen- Nee. Wartet. Falsch. Das war falsch rum. In die Richtung war der. Nach- Nee. Doch. Doch, doch, doch. Oder? Nee. Doch. Das ist er. Okay. Wir sind im nördlichen Ding. Hä? Nee, Wägen. Achso. Das steht bei uns. Ah. Okay. Wir sind da drin. Wir sind nicht im südlichen Teil. Wir sind hier. Alles klar. Okay. Wo kamen wir denn dann raus? Dann kommen wir aus dem Ripp-Wägen. Äh, Head-Wägen hier. Oh, shit. Deswegen fahre ich immer im Kreis. Egal in welche Richtung ich gehe. Ja, das macht Sinn. Dann sind wir hier. Da nochmal Head-Wägen. Okay. Aber wo stehen wir? Da vorne ist die Straße. Das ist der erste Knick. Das ist der zweite Knick. Nicht wahr? Und dann geht es rum. Hausnummern. Okay. Hier helfen Hausnummern. Die stehen dran. Ihr seid Hausnummer. Jetzt steht an den Häusern nicht die Nummer dran, oder was? Neun. Okay. Wir stehen vor der Neun. Und wenn wir nach Osten gucken, gucken wir genau auf die Garage von der Neun. So. Die Neun ist das hier. Das ist die Garage. Dann stehen wir genau dort. Bingo Bongo. 1,97 Meter. Achso. Cool. Ich bin gerade vor zwei Monaten Wandertour durch Schweden zurück und bin gerade zufällig auf euch geschlossen. Ja. Dann willkommen. Und ja. Das war Finnland. Ja. Ist ja ein bisschen. Ne. Das war Schweden. Upsi. Ähm. Ich dachte wir sind in Finnland, aber wir sind auf der E10 gewesen und im Schweden dann am Ende gelandet. Du hast recht. Ähm. Genau. Vielleicht ja wiedererkannt. Ist immer gut, wenn jemand im Chat ist, der schon mal in dem Land war, wo wir landen. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, ja. Ich wollte doch sagen, ihr Schweden. Ja. Ah, ihr habt doch recht. Ihr habt doch immer recht, nicht wahr? Algorithmus, weil wir sind in Schweden. Okay, aber wenn Google so clever wäre, das vor mir zu erkennen, das wäre schon stark. E10 hat mich lange begleitet. Ja, wir haben ja gesehen, ist die Lofotenstraße, nicht? Also von daher ist es ja auch eine sehr lange Straße. Aber wo geht sie hier weiter? E4. Die E4 und die E10 teilen sich dann ein Straßending und teilen sich irgendwo wieder auf, nicht? E14. Oder fängt die da nur an? Die scheinen da anzufangen. Oder kommt irgendwo her, über eine Fähre dahin oder sowas, nicht? Manchmal ist das komisch. E4 und E4 ist die 94 noch, aber keine E10. Nee, die fängt hier an anscheinend. Zumindest erst mal. E12 kommt hier rüber. Bei Pitee oder so. Nee, bei Lulela. Gammelstedt. Bin von Sundweil nach Trondheim gelaufen. Gelaufen, boah. Okay. Trondheim habe ich schon mal irgendwo gesehen. Linköping, Linköping. Trollhetten ist auf jeden Fall immer ein wichtiger Punkt. Ist die 14. Ah, warte. 14, 14 finden wir. 14 wäre... Da. Okay. Sundweil... Ah, da. Ach so. Trondheim, Norwegen. Ja, deswegen. Macht ja auch Sinn. Boah. Das ist schon eine Strecke. Aber lebend wiedergekommen. Das ist immer wichtig. Okay. Wir machen weiter. Mit Runde 2. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ah, das sieht doch schön aus. Feuer, Kogel. Endlich meine Sprache, die ich lesen kann. Wir sind auf jeden Fall in Europa, wenn auch nicht vielleicht in Europa, Europa gemunden. Bad Ischel. Ähm... Ist jetzt Ischel... Ich kann das immer nicht unterscheiden. Ist Ischel da oder da? Die haben blau. Okay. 145. 145? Oh, 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 oh. Okay. Wo geht die 145 lang? Hier hin? Und endet hier, oder was? Und wo führt sie hin? Hier weiter? Nach Gemunden. Da haben wir es. So, 16 Kilometer von da weg. Wir sehen auch einen See. Das ist ein schöner Startpunkt auf jeden Fall, nicht? Richtiges Panorama. War echt interessant und wunderschön, die Strecke da zu wandern. In Schweden, glaube ich. Ähm... Und einen Bahnübergang. Das kann ja nicht so schwer sein, das hier zu finden. Ich bin dieses Jahr durch Bayern gewandert und hatte den Stream sogar mit dabei. Die Wanderungen, weiß ich gar nicht, könnten noch in dem Kanal hier sogar, äh... vorhanden sein. Aber ich bin halt immer nur so 10 Kilometer, 20 gelaufen. Dann im Sommer an der Ostsee entlang. Ich bin lieber so einer, der in Deutschland bleibt. Das sind die Schienen auf jeden Fall. Ähm... Die sind im Südwesten und unsere Straße geht nach auch Südosten, Nordosten. Aber dann direkt. So, die sind hier sehr weit ab von uns. Da können sie also nicht mehr sein. Und hier unten gehen die durch Tunnel schon. Okay. Und wir kommen direkt so. Das sieht doch gut aus. Bäckerei, Kaffee, Winkel? Nee. Es sind keine Häuser zwischen uns und den Schienen. Wow. Wo sind die Schienen denn so dicht an uns dran? Ja, eigentlich nur hier, aber da passt das nicht. Hier noch. Aber da sind auch Häuser dazwischen. Okay, vielleicht noch weiter südlicher. Hier? Hier sind wir. Das könnte passen eher. Nach Südwesten, dann müssten wir hier sein. Da müsste aber rechts von uns ein Haus sein. Ja, da könnte ein Haus sich verstecken hinter. Ist es das da? Haus Nummer 2. Ja, da geht eine Straße sogar lang. Das kann nicht sein. Die wäre nicht hier drinnen eingezeichnet. Oder? Ach, das Haus. Da, doch. Das ist das Haus hier. Und dann ist das hier Traueneck. Wir gucken. Traueneck. Okay, haben wir gefunden. Zingozongo. Bingobongo. Finish. 5,08 Meter. Da wäre ich gerne weiter rumgefahren, nicht wahr? Aber es ist, wie es ist. Manchmal findet man die Sachen leichter, manchmal schwerer. Und damit geht es schon rein in die Runde 3. Oha. Oh. Okay. Jetzt reden wir mal über ein ganz anderes Kaliber hier von Orden. Okay. Das muss doch Abu Dhabi sein, oder? Oder ist es wieder Doha? Nee, Dubai nicht. Oder Abu Dhabi? Ah, ich bin mir unsicher. Ich sehe den Burk Khalifa nicht. Der müsste ja über Almragen. Rado Ravioli. Hm. Ja, eine leckere Ravioli. Oh. Jetzt kriege ich Hunger. Dabei habe ich heute gut gegessen. Wo wir überall landen. Boah. ist schon krass, was die da auf die Beine gestellt haben. Guckt euch das an. Also, ich glaube, wenn ich da mal auch New York oder sowas, ich würde die ganze Zeit nach oben gucken und Nackenstarre bekommen. Aber da ich nicht verreise so gerne, werde ich mir das alles niemals im Leben angucken. Arabische Emirate. Okay, haben wir schon mal. Und der Straßenname steht immer hier in der Mitte der Straße. Ist ganz praktisch. Man muss das Schild nur sehen, wenn man dran vorbeifährt. Oder die großen Schilder, die zuerst kommen. Die können wir natürlich auch nehmen. Es geht nach Financial Center, Museum of Future. Wir sind auf der 11 zur 71 vor dem Flughafen, der nach Südwesten liegt. Okay, und das geht nach Abu Dhabi über die 11. So, wo ist jetzt die 71 suchen war? Wenn wir die eingegrenzt haben, 72 kann die 71 ja nicht so weit weg sein. 72, ach, die läuft parallel. Okay, 94 73 73 54 oh man, wieder das Phänomen, ich finde jede Straße außer die, die ich suche. 73 zum dritten Mal verkauft an dem Meisbietenden. Würdet ihr gerne da oben wohnen, sowas? so ganz weit oben? Also so dauerhaft wohnen? Ich glaube nicht. Ich mag auch diese Enge von den Hochhäusern immer nicht. Man guckt sich ja quasi trotzdem Zimmer in Zimmer rein, nicht. Ich würde mich da ständig beobachtet fühlen. Wenn ihr die 71 seht, könnt ihr ruhig schreien. Ich sehe sie nämlich schon wieder nicht. Okay, hier kommen die Hunderter. Hier sind 90er mit 70er gemischt. Hier sind auch 60er. Hier kommen 50er. Hier ist 77. Ich kann ja gucken, dann gehe ich mal die 11 lang. Muss ja an der 11 eigentlich kommen. 57. Und hier werden die aber gelb. 53. Und dann sind wir ja schon draußen. Vielleicht ist sie ja doch drüben. Aber die haben hier gelbe Bezeichnungen dann auf einmal. Von daher würde ich nicht glauben, dass wir dann hier sind. Nee. Das kann also nur irgendwo hier. Oder die ist nicht eingezeichnet. Das kann natürlich auch sein. Financial Center. Burkhalifa. Wartet mal. Also der Burkhalifa, der ist hier. Der ist südlich. Da. Hier. Burjipark. Das ist die 71. Okay. Das heißt, wir sind irgendwo hier und wir sind da drin gestartet. Bonks. So, wir stehen vorm Jeremiah Boulevard. Jeremiah Boulevard. Aber wartet mal, da muss ich doch, wenn ich nach Süden gucke, Südwesten, den Burkhalifa sehen. Ist der hier noch nicht gebaut? Der stand ja dran. Dahinter. Das ist er doch nicht. Der ist ein Kilometer fast hoch. Den muss ich doch von hier sehen können. Der muss doch hier oben rum pengeln. Ich meine, ich sehe die Dinger und der ist nicht mal einen Kilometer von mir entfernt von hier. Jetzt will ich ihn auch sehen. Da hinten ist er. Boah, so weit weg doch noch. Aber hätte ich nicht gedacht, das große Gebäude, ey, der wirkt von hier so winzig, wie weit weg wir sein müssen. Aber wenn ich hier in der 71 stehe und der ist da und wirkt so klein, dann müssen wir doch noch ein bisschen weiter weg sein. Aber aber wir können ja nicht hier vor der 75 sein. Hier sind so viele Autobahnkreuze und wir waren auf der geraden Strecke, als wir zur Autobahn rüber sind. Wir können ja nochmal gucken, ob wir die Auffahrtnamen finden oder was das hier ist. Sieht auch krass aus mit dem übergrünten wie so dieses Apple UFO oder sowas. Wasser und so ist in dem Detail gerade nicht eingezeichnet. Aber was ist denn das hier? Ist das der Emirates Donut oder was ist das? Okay, das gab es noch nicht. Vorher war hier ein Parkplatz. Interessant. Und jetzt ist da ein Donut. Ist wahrscheinlich auch krass. Guck mal. Das ist zum Beispiel auch das ist der Parkplatz vorher. Ja, hat schöne Natur, aber man sieht die Autos zack haben Parkhaus draus gebaut trotzdem begrünt. Das nenne ich mal Parkhaus, nicht wahr? Und da kannst du direkt von hier wahrscheinlich rüber ins Einkaufszentrum klimatisiert und in die anderen Gebäude. Das ist wie in Leipzig mit den Tunneln in der Innenstadt oder diesen Gassen. Ich finde die im Winter super praktisch. Wenn es kalt ist draußen und man will sich ein bisschen aufwärmen, dann geht man da einfach direkt durch so eine Gasse und dann geht es eigentlich schon wieder. Okay, dann gucken wir mal hier. Hier ist übrigens der Straßenname. Trade Center Street. Wir gucken. Wie heißt du? Dann bist du die Trade Center Street. Kein Namen für dich. Gut. Welche hast du? Da Shikey Sided Road. Nee. Okay, wir sind nicht auf der Autobahn. Oder zumindest nicht an der Stelle. Das könnte hier was sein, wo wir sind. Okay, Aber dann würden wir irgendwie auf die Straßen hier sind einfach so crazy. Vielleicht hier Trade Center Road? Nee. Nee. Achso, die verläuft neben der Autobahn oder was? Nee, das ist, die führt sich hier rauf. Okay, die Trade Center Route wird zu dem Ding hier. Und das ist eine Kreuzung, aber das heißt, das ist eine normale Straße. Okay, wir sind, okay, das geht, zur Elf geht's rauf. Das heißt, wir sind wirklich doch hier, aber warum heißt die nicht Trade Center Route? Heißt die hier Trade Center Route? Die hat wieder keinen Namen. Das sieht aus wie dieses Ding, wo wir sind. Das Ding da. das ist es. Das ist das hier. Von der Form her. Und wir fahren nach Nordwesten drauf zu, Nord, Osten, Süden, Westen. Geht nur nicht, weil es keine Straße gibt, um das zu sehen. Ich sag euch, die haben das alles komplett umgebaut. Das ist die Train Station. Könnt ihr mal gucken. Sieht auch aus nach Train Station. Passt schon. Aber die hat eine Straße nach Süden. Wie heißt denn unsere Straße? Wir stehen am Kreisverkehr und die Straße heißt Reduce Speed now. So heißt sie nicht. Oh, krass, wo bin ich denn gelandet? What? Okay. Ich wusste nicht, dass man in Einzelfotos reingehen kann. Back to Previous Position bitte. Ich wollte doch nur hier geradeaus weiterfahren. Wie bin ich denn da reingeraten? Psych Quest enabled. Da war der Straßenname. Albursa Street stehen war. Okay, aber irgendwo in der Schiene an einem Bahnhof müssen wir da näher stehen. Die sehen wahrscheinlich alle ähnlich aus. Kann das sein? So, aber hier ist ja schon die 71 und hier ist der Burk Khalifa. Da können wir nicht sein. So, das heißt, wir müssen wenn nördlich hiervon sein. Hier wäre so eine Train Station. Die kann es auch nicht sein. Und hier ist Wasser. Das kann es auch nicht sein. Oh, Mann. Sieht denn von oben irgendwas aus Emirates Tower. Zumba Duba. Das hier ist Industrie teilweise schon. City Health Care. Oh ja, Herzen im Chat auf jeden Fall gut. Die brauche ich bei sowas. Das ist echt, das ist wie finde Waldo. Aber ich würde jetzt lieber Waldo suchen. Das ist halt einfach eine Mega City, nicht wahr? First Cali Street. Es kann sein, dass unsere Straße wirklich nur so eine Popelt Straße ist. Wir gehen hier vom Kreisverkehr aus ab. So, wir haben Kreisverkehr. Wo ist der Boot? Da oben. So. Wie heißt du denn? Div Parking und du hast wieder keinen Namen. Das ist blöd. Dubai Square hat unser Square Namen. Manchmal stehen die Namen irgendwo dran. Expo 2020 Dubai United Ich sehe aber kein Namensschild von dem Ding. Ich glaube wir müssen uns über Gebäudenamen oder so dahin navigieren. Sind das hier die Dubai Tower? Kennt sich jemand in Dubai aus? Oder Emirates? Jeremiah Emirates Tower. Okay. Jeremiah Emirates Tower. Dann können wir nur in dem Kreisverkehr hier stehen. Und die sind dann hier. und dann hier ist die Station. Okay. Dann ist das die Straße zu der Station. Ja, blöd. Die Straße hat keinen Namen und die Straße hat keinen Namen. Und das sind die Namen, die ich habe, nicht wahr? Das hier müsste die Trade Center Route sein, hat keinen Namen. Das müsste die Blablabla Route sein, hat keinen Namen. Okay, Finish. 4,19 Meter. Puh. Und damit kommen wir zu den Final Results. Und wieder haben wir 18.000 Punkte. Ja, wie es zu erwarten war, Schweden 12 Minuten, 3 Minuten 27 Österreich und nochmal 15 Minuten 36 Arabische Emirate. 31 Minuten, 32 Minuten. Ich finde das war eine starke Runde, wir sehen uns zur nächsten wieder.